Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. In diesem Video möchte ich einmal erklären, wie man Platform.io installiert. Das ist eine Alternative zu der Arduino IDE. Das habe ich schon mal in irgendeinem Video hier zwischendurch gezeigt, aber ich werde immer wieder gefragt und dann möchte ich nicht unbedingt auf das Video verweisen, wo das irgendwann drin zwischen so vorkommt, sondern ich möchte es hier eben separat in einem Video machen, dass ich immer wieder dieses Video jetzt hier verlinken kann, falls jemand fragt. Also wir installieren jetzt Platform.io. Als erstes gehen wir dafür hier auf Atom.io und dann bekommen wir eben hier diese Seite, weil Platform.io ist eigentlich nur ein Plugin für den Atom-Editor, der hier ja von GitHub ist. Das heißt, ich lade den hier dann einmal runter. Ist hier aktuell 129 MB groß für den Mac. Wie genau man das dann, das Setup durchklickt und so, das zeige ich jetzt nicht. Das kriegt, denke ich, dann jeder für sich hin. Also wir laden das hier einfach runter und müssen dann den Atom-Editor einmal starten und dann geht es hier direkt auch schon weiter und wir installieren dann hier Platform.io, was ja wie gesagt nur ein Plugin dafür ist. So, auf der Installationsseite steht jetzt hier, dass wir hier ein Package installieren sollen. Das geht theoretisch über das Menü, aber wir machen hier jetzt einfach mal Install a Package. Dann sage ich Open Installer und suche ich hier Platform.io.ide. Genau, dann finden wir das hier auch schon. Hier 204.000 Downloads sprechen sicherlich für sich. Ich drücke jetzt hier einmal auf Install. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich weiß gar nicht, wie groß das hier im Endeffekt jetzt ist. So, jetzt ist das hier erfolgreich installiert worden. Wir müssen hier einmal Atom neu starten und dann sollte hier schon alles soweit sein. Ja, ich habe das Projekt hier ja gerade über den Welcome Guide installiert. Das heißt, wenn der nicht sofort erscheint, gehe ich hier unten einmal auf dieses Zahnrad, gehe dann hier auf Packages und suche dann hier eben Platform.io. Und dann bekomme ich das hier eben genauso, kann es dann hier natürlich auch installieren, komme dann hier auch direkt an die Settings und so weiter. Das heißt, wenn dieser Welcome Guide nicht kommt, dann einfach hier unten über das Zahnrad gehen. So, wer meinen Kanal hier aufmerksam verfolgt, der hat gemerkt, dass die letzten paar Minuten oder die letzte Minute aus einem älteren Video war. Ich wollte es jetzt eben nicht nochmal installieren, weil eigentlich muss man nur von Atom.io das ganze Ding runterladen, dann unter den Packages dann Platform.io.ide installieren und dann läuft das Ganze eigentlich auch schon. Wenn das Ganze hier dann läuft, hat man hier auf der linken Seite so ein Projektfenster. Hier kann man also einfach neue Projekte immer machen. Diesen Welcome Guide klicke ich am Anfang hier immer weg, sonst geht immer diese Seite auf, interessiert mich hier eh nicht. Dann gibt es hier noch eine Platform.io Home. Da kann man hier jede Menge dann entsprechend managen, je nachdem, was man hier installiert hat und so weiter. Das heißt, ich kann hier auch neue Projekte anlegen und so ist dann hier ein bisschen einfacher. Je nachdem, was für ein Board ich dann habe und so. Also der konfiguriert mir das dann schon einfach ein bisschen besser. Da muss ich nicht eben hier so manuell dann durchklicken und das Ganze konfigurieren. So funktioniert das also ganz super. Hier kann ich aber auch sagen, Show at Startup nehme ich den Haken raus, weil sonst gehen hier immer zig Tabs auf, wenn man das Ganze startet. Und hier unten in der Ecke seht man bei mir jetzt gerade hier zwei Updates. Wenn ich da draufklicke, dann kann ich hier eben alles aktualisieren. Ja, sollte man regelmäßig machen, um auf den aktuellsten Versionen zu bleiben. Wir heben natürlich dann auch relativ viele Fehler und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich hier jetzt die Oberfläche. Links hat man seine Projekte und auf der rechten Seite hat man dann jeweils hier die aktuell offenen Fenster, wie man das so kennt mit verschiedenen Tabs und so weiter. Ist also nicht besonders spektakulär. Und nach einem Neustart hier sind alle meine Packages auch auf dem neuesten Stand. Packages kann man hier drunter installieren. Hier unter Packages direkt haben wir eben schon gesehen. Das heißt, wenn ich hier auch wieder Platform.io suche, finde ich hier zum Beispiel auch den Debugger, den habe ich noch installiert. Dann Platform.io IDE Terminal habe ich noch installiert. Das sind einfach so ein paar Helfer, die man auf jeden Fall mit installieren sollte. Und eigentlich ist Platform.io dann wie gesagt nur ein Plugin für den Atom Editor hier, dass man einfacher die ganzen Projekte managen kann. Ich habe hier zum Beispiel TaskMotor für diese Sonoff-Dinger. Und da ist dann häufig schon so eine Platform.io INI dabei. Und die konfiguriert mir eben hier das komplette Projekt schon. Das heißt, die sagt, wie groß hier die Baudrate ist oder wie hoch und verschiedene Flags hier, wie die einzelnen Sachen gebaut werden sollen und so weiter. Das macht es hier sehr viel einfacher. Gerade hier, wenn man jetzt Projekte häufig wechselt, muss man nicht jedes Mal konfigurieren, wie das Ding geflasht werden soll, sondern kann einfach hier direkt durchstarten. Hier auf der linken Seite kann ich dann das Projekt jeweils bauen. Das heißt, hier kann ich einmal testen, ob das Ganze funktioniert. Dann habe ich hier jeweils das Platform.io Home, was wir eben gesehen haben, wo ich auch neue Projekte anlegen kann und so weiter. Hier kann ich auch Projekte importieren. Und hier kann ich dann entsprechend die Sachen flashen. Wenn ich dann einen Wemos D1 oder so oder einen ESP8266 irgendwie angeschlossen habe, dann kann ich das hier eben über den USB-Adapter flashen. Dann kann ich hier noch einmal Clean sagen. Der räumt hier dann mein Bildverzeichnis praktisch einmal auf. Ja, Debuggen kann man hier natürlich auch, habe ich aber noch nicht gemacht, weil meine Projekte sind noch sehr klein aktuell. Und hier komme ich dann in das Terminal und kann hier alle möglichen Sachen ausführen dann. Also hier sieht man auch, welche Kommandos es gibt. Also das ganze Ding ist hier sehr viel umfangreicher. Gerade da man sehr viele Plugins noch installieren kann, kommt man hier dann sehr schnell und übersichtlich ans Ziel. Und bei der Arduino IDE hatte ich immer das Problem, mit verschiedenen Fenstern zu arbeiten und so. Und da muss man immer die einzelnen Komponenten neu konfigurieren und so was. Das ist ein bisschen anstrengend. Und hier habe ich alle meine Projekte jetzt gerade im Überblick. Das sind hier jetzt gerade vier Stück. Die findet ihr auch alle schon auf dem YouTube-Kanal, wie ich die hier umgesetzt habe. Und ja, ich mag den Platform-IO bzw. den Atom-Editor hier sehr viel lieber als die Arduino IDE. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, die Installationsfrage ist hiermit jetzt geklärt. Wir gehen natürlich in den weiteren Videos auf dem Kanal hier immer mal wieder auf die Oberfläche so ein bisschen ein. Und es wird hier wahrscheinlich nur noch Videos mit Platform-IO geben, weil die Arduino IDE habe ich, wie gesagt, für mich eigentlich hier schon abgeschrieben.